Die Außengartenwelt der Ferienwohnung Südterrasse im Sommer. Der Eingang der Ferienwohnung Südterrasse. Ein Blick auf die Terrasse der Ferienwohnung Südterrasse. Brunnenanlage mit Seerosenteich. Tischtennisplatz. Sommerblüte. Im Gartenhaus finden Sie eine Kleinküche mit Geschirr. Sitz- und Liegemöbel. Sitz- oder Liegefläche. Schattig oder sonnig. Weitere Sitz- oder Liegeflächen. Je nach Wunsch. Einen Kaffee genießen. Ein Buch lesen. Einen Sommerwein schlürfen. Eine Sandkiste für die Kinder mit einem Weidetipi beschattet. Weitere Sitz- oder Liegeflächen. Auch hier sonnig oder schattig. Je nach der persönlichen Empfindlichkeit. Ein Trockenpiotop. Hier finden Sie auch Eidechsen oder eine Blindschleiche. Holz für ein Lagerfeuer. Eine kleine Gartenschaukel. Allein oder zu zweit. Mit einer wunderbaren Aussicht bis zum Schweizer Alpenmassiv je nach Wetterlage. Gezoomt in Originalgröße. Ein Kletterbaum für die Kinder. Trockenmauerwerk. Ein weiterer Platz für Gartenfeste. Zusammenkünfte. Ein Grillkamin. Lagerfeuerplatz. Und auch hier eine wunderbare Aussicht. Und noch einmal ein Blick hinauf zu den Ferienwohnungen. Verwohnungen. Vielen Dank.